Ich soll das auspacken? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich bin die Stella. Der Name passt nicht so ganz zu mir, aber ich habe mich daran gewöhnt. Und ich will auf jeden Fall zeigen, was in mir steckt. Es ist nicht nur die Coolness und diese coole Brille. Es ist... Ja... Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die ja so zusammen und dann... Achso, soll ich noch gar nicht? Gott, bitte verzeih mir. Ich wusste nicht, was das ist. Bitte gnade mir doch, oh Herr. Äh... Okay, dann nicht. Hi, ich bin die Clara. Ich fahre gern Skateboard. Achso! Woher ich komme, soll ich erst sagen? Ich komme aus Köln. Clara aus Köln. Bin 21 Jahre alt und fahre seit 20 Jahren Skateboard. Mein Skateboard habe ich heute nicht dabei. Ähm... Würde mich aber freuen, wenn meine zukünftige Lady mit mir Skateboard fahren könnte, würde. Ja, ich finde das Kirchenmädel ganz nett. Die betet mir vielleicht ein bisschen zu viel, aber... Jetzt bete ich noch aus ihr raus. Hi, ich bin die Carlotta aus Kaiserslautern und fahre auch Skateboard. Und würde mich freuen, wenn man mal zusammen Skateboard fahren könnte. Also ich fahre auch seit... noch nicht 20 Jahren Skateboard, aber seit 18 Jahren. Wie alt ich bin? 18 plus... 1... 19. Ich bin 19 Jahre alt.